Der Iman, der Glaube, besteht aus drei Angelegenheiten. Zum einen aus den Aussagen, zum anderen aus den Taten und zum anderen aus den Glaubensüberzeugungen. Das heißt, der Iman sind diese drei Sachen. Aussagen, Taten und Glaubensüberzeugungen oder Glaubensinhalte. Also das, woran eine Person glaubt. Und wir sagen, dass all diese drei den Iman darstellen, den Glauben, sowie auch als Vergleich die drei Gebetseinheiten des Abendgebetes, des Marrubgebetes, dieses Marrubgebet darstellen. Und wenn eine von diesen drei nicht vorhanden ist, so ist auch die Gesamtheit nicht vorhanden, auch wenn einige Teile davon vorhanden sind. Wenn wir also beispielsweise sagen, dass eine Person das Marrubgebet verrichtet und sie verrichtet die erste Gebetseinheit und die zweite Gebetseinheit und daraufhin verliert sie während des Gebetes ihre Gebetswaschung. Sagen wir dann, dass wenn diese Person weiterbetet, dass sie jetzt das Marrubgebet verrichtet hat, weil sie ja diese ersten zwei Gebetseinheiten vorweisen kann? Wir sagen nein. Warum? Warum? Weil diese dritte Gebetseinheit nicht vorhanden war und das Marrub aus drei Gebetseinheiten besteht. Und ebenso der Iman. Der Iman besteht aus diesen drei. Aus den Aussagen, den Taten und der Glaubensüberzeugungen. Wenn wir also beispielsweise sagen, dass eine Person diese Aussagen, das Iman vorweisen kann. Sie hat also das Glaubensbekenntnis ausgesprochen und mit ihrer Zunge nichts ausgesprochen, was den Iman negiert. Und sie kann die Taten vorweisen. Sie betet, sie fastet und so weiter. Jedoch sind die Glaubensüberzeugungen nicht vorhanden. Das heißt, in ihrem Herzen glaubt sie gar nicht daran, dass das die Wahrheit ist. Oder in ihrem Herzen glaubt sie, dass es neben Allah subhanahu wa ta'ala auch noch andere Götter gibt, die das Anrecht haben, angebetet zu werden. Hier fällt also was weg? Das Glaubensverständnis. Beziehungsweise dieses Glaubensverständnis, was diese Person hat, sorgt dafür, dass der Iman, also der Glauben dieser Person negiert wird, auch wenn sie die anderen zwei Inhalte sozusagen des Iman vorweisen kann. Also die Aussagen und die und die Taten. Genauso auch wenn die Taten fehlen. Wenn eine Person also das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat und auch die Glaubensüberzeugungen vorhanden sind. Das bedeutet, sie glaubt daran, dass der Islam die Wahrheit ist und alle verpflichtenden sozusagen Punkte, die sich daraus ergeben, daran glaubt sie in ihrem Herzen. Aber sie vollzieht nichts an Taten, die auf die Überzeugung hindeuten, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten. Weder betet sie, noch fastet sie, noch vollzieht sie die Hajj, noch entrichtet sie die Almosenspende und so weiter. Diese Person macht also überhaupt nichts an guten Taten, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten. So sagen wir, diese Person hat keinen Iman. Sie besitzt keinen Iman. Sie ist kein Muslim. Auch wenn sie das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat. Auch wenn diese Person in ihrem Herzen daran glaubt, dass das die Wahrheit ist, dass der Islam die Wahrheit ist, dass das, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, die Wahrheit ist. Wir sagen, wenn die Taten nicht vorhanden sind, so ist der Iman von dieser Person nicht vorhanden. Wir sagen nicht, dass er schwach ist oder sonstiges, sondern wir sagen, er ist in der Gesamtheit nicht vorhanden. Und wenn wir von diesen Aussagen, von den Taten und von den Glaubensüberzeugungen sprechen, sprechen wir natürlich nicht von allgemeinen Aussagen und von allgemeinen Taten. Denn wenn wir sagen, dass der Iman bei Ahle Sunnah bestehend ist aus Aussagen, Taten und Glaubensüberzeugungen, so kann eine Person kommen und sagen, okay, eine Person kann ja beispielsweise nette Worte sagen zu ihrem Nachbarn. Und eine Person kann ja zum Beispiel die Blumen gießen, die Pflanzen gießen, den Hund füttern, die Fische füttern. Und so kann doch diese Person Taten und Aussagen aufweisen. Ist das also jetzt der Iman, von dem wir sprechen? Natürlich nicht. Denn wenn wir von den Aussagen und den Taten sprechen, so sprechen wir von Aussagen, Taten und den Glaubensüberzeugungen, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten. Also der islamischen Gesetzgebung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Wenn wir also von den Aussagen sprechen, so sprechen wir einmal von den Aussagen, die mit der Zunge getätigt werden und die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten. Wie das Glaubensbekenntnis, aber auch wie das Gedenken von Allah subhanahu wa ta'ala oder die Aussagen, die eine Person während ihres Gebetes von sich gibt, mit der Zunge. All das fällt unter die Kategorie Aussagen als Bestandteil des Iman. Ebenso haben wir auch Aussagen des Herzens. Auch das Herz trifft Aussagen. Und diese Aussagen sind, dass man daran glaubt, was man mit der Zunge ausspricht. Dass man daran glaubt, dass dieses Glaubensbekenntnis die Wahrheit ist. Dass der Islam die Wahrheit ist. Und ebenso, wenn wir auf die Taten zu sprechen kommen. Denn wir haben gesagt, ich wiederhole, der Iman sind Aussagen, Taten und Glaubensüberzeugungen. Auch die Taten müssen wir eingrenzen. Und wir sagen, auch hier sind Taten gemeint, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten. Zum einen gibt es hier die Taten des Herzens und die Taten der Körperglieder. Was die Taten des Herzens anbelangt, so ist dies die Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, die Liebe gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man das liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Dass man das hasst, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Und wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala liebt und Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Dies sind zwei Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir, und das sind unsere Taten des Herzens, lieben, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. und hassen, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Ebenso die Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Tat des Herzens. Dann gibt es auch noch die Taten der Körperglieder. Und auch hier sagen wir, das, was dafür sorgt, dass diese Taten vorhanden sind und erfüllt sind und somit dieser Teil der Definition des Iman erfüllt ist, Wir sagen, hier sind ebenso Taten gemeint, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten. Wie zum Beispiel das Gebet. Das Gebet auf die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es verrichtet hat. Das Fasten im Ramadan, die Hajj und so weiter. All das sind Taten, die darauf hindeuten, dass eine Person sich der islamischen Gesetzgebung unterworfen hat. Da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in seiner Gesetzgebung mit diesen Taten auf diese Art und Weise gekommen ist. Was die restlichen Taten anbelangt, wie zum Beispiel das Gutsein zu den Eltern, das Gutsein zu den Tieren, zu den Nachbarn, das Gutsein zu den Menschen im Allgemeinen oder dass eine Person etwas Schändliches sozusagen entfernen lässt, dass eine Person etwas Schädliches vom Weg entfernen lässt. Wir sagen, diese Taten sorgen dafür, dass der Iman einer Person steigt. Er wird also stärker, wenn diese Person das für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Also mit der richtigen Absicht. Wenn eine Person gut zu ihren Eltern ist, wenn eine Person gut zu den Nachbarn, zu den Tieren ist und so weiter, dann sorgt das dafür, wenn sie das für Allah subhanahu wa ta'ala macht, dass das ihren Iman steigen lässt. Aber wenn diese Sachen nicht vorhanden sind, jedoch die anderen Sachen, die anderen Taten, die wir vorhin erwähnt hatten, wie das Gebet, das Fasten und so weiter, dann sagen wir, dass der Iman von dieser Person vorhanden ist. Er ist vorhanden. Auch wenn diese ganzen, und wir nennen diese Sachen Zweigangelegenheiten des Iman, Zweigangelegenheiten der Taten oder Zweige der Tat, Zweige des Iman. Wenn diese Sachen nicht vorhanden sind, selbst wenn sie allesamt nicht vorhanden sind, eine Person ist nicht gut zu ihren Eltern, sie ist nicht gut zu den Nachbarn, nicht gut zu den Tieren, sie räumt Schädliches auf den Weg, nicht von dem Weg weg, aber sie betet, sie fastet. Sie hat diese ganzen Taten, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten, sie praktiziert diese, dann sagen wir, diese Person ist ein Muslim und besitzt den Iman. Die Tat oder die Taten sind hier erfüllt. Wenn wir uns aber das Gegenteil anschauen, eine Person hat nichts, was auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeutet. Weder betet sie, noch fastet sie, noch vollzieht sie die Hajj. Noch entrichtet sie die Almosenspende. Sie hat nichts an diesen Taten, sie kann nichts vorweisen, aber sie ist gut zu ihrem Nachbarn, sie ist gut zu ihren Eltern, gut zu ihrem Haustier. Wir sagen, in diesem Fall ist der Iman von dieser Person nicht vorhanden, auch wenn alle Zweigangelegenheiten des Iman vorhanden sind. Die ganzen Taten, worauf die natürliche Veranlagung hindeutet, also jeder Mensch, wenn er geboren wird, er weiß, dass man gut zu den Eltern ist, ist eine Sache, die man machen muss. Jeder Mensch weiß, dass man gut zu den Nachbarn sein soll, gut zu den Tieren und so weiter. Und wir sagen, diese Taten sorgen nicht dafür, dass der Iman einer Person entsteht, wenn die anderen Taten nicht vorhanden sind. Wenn aber die anderen Taten vorhanden sind, die auf die Unterwerfung der islamischen Gesetzgebung hindeuten, dann sagen wir, ist der Iman von dieser Person vorhanden. Und dieser Iman bei Ahl Sunnah steigt und sinkt. Er ist also nicht stetig gleich, sondern wir sagen, der Iman kann steigen, also stärker werden und er kann sinken, er kann schwächer werden. Und hierfür gibt es zahlreiche Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala spricht an mehreren Stellen in seinem edlen Buch über die Gläubigen und sagt dann beispielsweise, dass wenn ihnen die Zeichen vorgelesen werden, also die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dann stärkt es ihren Glauben. Also passiert hier was? Der Iman? Der Iman steigt. Und wir sagen, der Iman, der Glaube, steigt durch die gottesdienstlichen Handlungen, durch das Praktizieren von guten Handlungen steigt der Iman und er sinkt und wird schwächer und das ist das Gleiche. Ja, wenn wir sagen, er sinkt oder wir sagen, er wird schwächer, das ist ein und dasselbe. Dann geschieht das nur durch das Verrichten von Sünden, indem eine Person sündigt oder allgemein nachlässig wird in ihrer Religion. Das heißt, der Iman steigt durch das Verrichten von guten Handlungen und sinkt wieder durch das Praktizieren von Sünden und durch das Nachlässigwerden in der Religion. Jedoch wird der Iman nicht negiert, außer durch den Unglaube, den großen Unglaube und die große Beigesellung, den großen Schirk. Aber es kann nicht passieren, dass eine Person ein Iman besitzt und durch Sünden, die sie praktiziert, die aber kein Unglaube sind, keine Beigesellung sind, dass der Iman sinkt und sinkt und sinkt und so weit sinkt, bis er irgendwann nicht mehr vorhanden ist. Das ist nicht die Glaubenslehre von Ahle Sunna, sondern sobald oder solange diese Taten und die Aussagen und das richtige Glaubensverständnis vorhanden ist, ist auch der Iman vorhanden von dieser Person, wenn sie mit nichts kommt, was diesen Iman negiert. Und dadurch, dass sie sündigt, wird dieser Iman schwächer und schwächer. Aber er wird nicht negiert durch diese Sünden, außer durch den Unglaube und die Beigesellung, indem man Allah subhanahu wa ta'ala Teilhaber zur Seite stellt.